Hi, ich bin David und du schaust dir gerade den Trailer von meinem YouTube-Sendal GameAccounts an. Auf diesem YouTube-Sendal haben wir einiges an coolen Sachen zu bieten, wie zum Beispiel Let's Plays, zu aktuellen Hits, wie zum Beispiel Resident Evil 7, Super Mario Run oder The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber auch einige alte Smankerl haben wir im Gepäck, wie zum Beispiel Mario Kart DS oder The Legend of Zelda Ocarina of Time. Aber wir haben natürlich auch vieles, vieles mehr, auch Überraschungsprojekte und Livestreams. Denn ich streame ab und zu auf Twitch und YouTube zu aktuellen Ereignissen, wie zum Beispiel Nintendo-Eventen, live und lustig läuft das Ganze. Ja, und falls euch der Trailer zu überzeugt hat, wollt ihr mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Ansonsten legen sich einfach mal meine weiteren Social Media Kanäle aus. Ich bedanke mich für Susan vor dem Trailer und hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut!